Mensch-Tier-Hybriden Das Buch Jascha ist genauso wie das Buch Henoch heute nicht im Kanon. Der Bibel enthalten, aber es gibt diese Bücher. In Judas 1, Vers 14 heißt es, Normalerweise ist es so, dass im Neuen Testament viele Verse aus dem Tanach, dem Alten Testament, zitiert werden. Auch Jesus zitierte oft aus dem Alten Testament, aus dem Tanach. Aber diesen Vers, den finden wir im Tanach nicht wieder, weil das Buch Henoch, genauso wie das Buch Jascha, eben nicht im Kanon der Bibel aufgenommen wurde. Warum auch immer, sei jetzt einmal dahingestellt und ist nicht das Thema dieses Videos. Aber wir schauen uns auch mal an im Alten Testament, dass es in der Tat dieses Buch Jascha geben muss. In Joshua 10, Vers 13 heißt es, Da stand die Sonne still und der Mond blieb stehen, bis sich das Volk an seinen Feinden gerecht hatte. Ist dies nicht geschrieben im Buch des Aufrichtigen? Auf Hebräisch im Buch Jascha. Das ist auch kein Einzelfall, denn auch im 2. Samuel Kapitel 1, Abvers 17 heißt es, und David stimmte dieses Klagelied an über Saul und seinen Sohn Jonathan und er befahl, dass man die Kinder Judas das Lied von dem Bogen lehren sollte und siehe, es steht geschrieben im Buch des Rechtschaffenden im Buch Jascha. Nun, es steht in der Tat im Buch Jascha geschrieben, genauso wie im Buch Henoch auch hier dieses Zitat von Judas 1, Vers 14 geschrieben steht. Das heißt, es gibt ein Buch Henoch, es gibt ein Buch Jascha oder ein Buch der Jubiläen, die allerdings, wie gesagt, nicht aufgenommen wurden in der Bibel. Aber das heißt nicht, dass jetzt da alles falsch sein muss. Ich persönlich würde jedem empfehlen, einfach die Bibel zu lesen, die Bibel zu studieren. Und wenn man die Bibel kennt und weiß, was darin geschrieben steht, kann man sich vielleicht auch mit außerbiblischen Büchern sozusagen mal beschäftigen. Und genau das wollen wir heute einmal tun zu diesem Thema, das ich angekündigt habe. Wir schauen zunächst einmal ins Buch Jascha, Kapitel 4, Abvers 17. Und da heißt es, Man hat also Tierarten kombiniert, gemischt und was dabei rauskam, ist dann halt nicht mehr das, was Gottes Wille war bei seiner Schöpfung. Denn Gott sah die ganze Erde an und sie war verdorben. Denn alles Fleisch, auch die Tiere, hatten ihre Wege auf der Erde verdorben. Alle Menschen und alle Tiere. Und hier geht es, soviel ich weiß, um die vorsintflutliche Welt, als auch die Söhne Gottes sich mit den Menschen eingelassen haben und dann die Nephilim gebrochen haben, die Riesen. Aber wir sehen auch Beispiele nach der Sintflut, dass es in der Tat Wesen gab, die Mensch und Tier waren und deswegen nicht mehr als Menschen bezeichnet wurden, sondern als Tiere. Und genau das lesen wir im Buch Jascha, Kapitel 36, Abvers 31. Da heißt es nämlich, Und danach kamen ungefähr 120 große und schreckliche Tiere aus der Wüste. Und diese Tiere hatten von ihrer Mitte abwärts die Gestalt von Menschenkindern und von ihrer Mitte abwärts hatten einige die Gestalt von Bären und einige die Gestalt von Käfers, wobei die Schwänze zwischen ihren Schultern hervorstanden, auf die Erde hinab. Und eines dieser Tiere trat an Anna heran und schlug ihn mit einem Schwanz oder mit seinem Schwanz und floh von diesem Ort. Und als er dieses Werk sah, fürchtete er sich außerordentlich und er floh und floh in die Stadt. Hier sehen wir also von Wesen, die aus der Wüste kommen und die jetzt von der Mitte abwärts die Gestalt von Menschen hatten, aber von der Mitte aufwärts hatten sie die Gestalt von Tieren, Halbmensch, Halbtier. In dem Fall war es die Gestalt eines Bären, aber es gibt noch andere Gestalten. Das heißt, wenn wir jetzt das Buch Jascha ernst nehmen würden, dann haben wir hiermit den Beweis, dass es solche Wesen tatsächlich gab und dass die Ägypter zum Beispiel nicht im Phantasialand leben, wenn sie irgendwelche Fabelwesen, die Halbmensch, Halbtier waren, in irgendwelchen Hieroglyphen gemalt haben, was ja zweifellos der Fall ist, wie wir noch sehen werden. Und dass die Tiere aus der Wüste kommen, könnte auch zusammenhängen mit Jesaja 34, Vers 14, wo wahrscheinlich von demselben Phänomen geschrieben steht, denn da heißt es, Wüstentiere und Schakale werden einander begegnen und ein Ziegenbock dem anderen zurufen. Ja, dort wird die Lilith sich niederlassen und eine Ruhestätte für sich finden. Ob jetzt diese Wüstentiere und Schakale wirklich diese Fabelwesen sind, Halbtier, Halbmensch sei mal dahingestellt, aber hier lesen wir, dass diese Wüstentiere auch sich mit Lilith anscheinend eingelassen haben oder dass auch Lilith hier in der Wüste eine Rolle spielt. Lilith, wie gesagt, nicht die erste Frau von Adam, sondern einfach eine dämonische Figur. Ich habe schon einige Videos gesehen von Hexenmeistern, die den Dämonen Lilith beschworen haben und so heißt es auch in der Tora im 5. Buch Mose, Kapitel 32, Vers 17, sie opferten den Dämonen, die nicht Gott sind, Göttern, die sie nicht kannten, neuen Göttern, die erst vor kurzem aufgekommen waren, die eure Väter nicht verehrten. Denn die Väter verehrten ja den Schöpfergott, der Himmel und Erde gemacht hat durch seinen Sohn Jesus Christus. Aber hier wurden den Dämonen Dinge geopfert, Menschen geopfert oder andere Tiere geopfert und man hat eben nicht Gott die Ehre gegeben. Und wir lesen jetzt uns mal vor oder durch, was geschrieben steht in der Tora außerdem über das erste und zweite Gebot und schauen uns mal an, wie es damals umgesetzt wurde oder gebrochen wurde und wie es heute der Fall ist. So heißt es im 2. Buch Mose, Kapitel 20, ab Vers 3, Du sollst dir keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was in den Wassern ist oder unter der Erde. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Wir sollen also keine anderen Götter haben und wir sollen uns kein Bildnis von diesen Göttern machen. Und damals, auch in Israel war das ja der Fall, dass man sich jetzt Götzenstatuen aufgestellt hat von Baal oder Astat oder sonst was. Und das sind auch Bildnisse von anderen Göttern, die keine Götter sind, sondern Dämonen. Genauso wie in Ägypten, wenn wir uns da die ganzen Fabelwesen anschauen, das sind auch dämonische Erscheinungen, die abgebildet wurden. Heute ist es eher keine Baalstatue, die man irgendwo aufstellt, um dieses Gebot der Bibel zu brechen, die ersten beiden, sondern es sind eher Bilder von Geistern. Und Roger Monod, der Ex-Satanist, hat ja auch davon berichtet, dass Okkultisten gechannelte Geister channeln und diese Geister dann auch malen, die sie dann sehen. Und so gibt es auch bei den multiplen Persönlichkeiten, sage ich mal, bei den Patienten, die Diss haben, gibt es auch viele, die dann Bilder zeichnen von den anderen Persönlichkeiten, die in ihnen sind. Und wie gesagt, wir haben ja ein Video schon deutlich gemacht, es sind unreine Geister, Dämonen, die diese Persönlichkeiten darstellen. Und auch davon macht man Bilder. Also es hat sich nichts geändert. Es ist nur einfach ein bisschen anders geworden, modern geworden. Keine Götzenstatuen mehr, sondern moderne Bilder. Aber es ist trotzdem ein und dasselbe. Es gibt auch Menschen, die channeln irgendwelche Außerirdischen angeblich und malen dann auch auf, wie diese Außerirdischen aussehen. Also wir sehen, diese Gebote der Bibel werden heute gebrochen von Menschen, die sich nicht mal darüber im Klaren sind, dass sie die Gebote brechen, weil sie vielleicht diese Gebote auch nicht kennen oder nicht ernst nehmen. Wir schauen uns hier mal einige Beispiele an. Links sehen wir Amit. Das ist ein Mischwesen aus Krokodil, Löwe und Nilpferd. Und so kann man davon ausgehen, dass man damals tatsächlich auch Tiere miteinander gekreuzt hat. Und was dabei rausgekommen sind, ja, man könnte sagen, irgendwelche Mutantenwesen. Wir sehen in der Mitte auch Zentauren, das sind Mischwesen aus Pferd und Mensch. Kennen vielleicht einige aus der damaligen Serie Herkules zum Beispiel. Für viele ein Mythos, aber laut dem Buch Jascha nichts ist ausgeschlossen, wenn es um solche Phänomene geht. Rechts sehen wir den bekannten Sonnengott Ra, Ra oder Re, das heißt auf Hebräisch so viel wie Böse. Also da sehen wir schon, was dahinter steckt. Und Re ist der altägyptische Sonnengott. Sein Kultgegenstand war der Obelisk, den wir heute in Washington wiederfinden, im Vatikan und so weiter. Da fragt man sich, besonders als Christ, was hat so eine Götzenstatue wie der Obelisk, der Sonnengottes Ra im Vatikan zu suchen oder vor dem Vatikan. Aber, naja, der Vatikan ist ja sowieso ein Fall für sich. Unter anderem wurde er symbolisch, also Re, als Geflügelte gewöhnlich von der Ureusschlange umwundene Sonnenscheibe dargestellt. So beispielsweise in Menschengestalt verbunden mit Horus als Re, Herrachte Atum mit Falkenkopf, der eine Sonnenscheibe trägt, wie wir oben dann auf dem Bild auch sehen. Also auch hier Wesen. Man muss sich das halt so vorstellen. Ich will jetzt nicht sagen, dass dieses Wesen oben mit der Sonnenscheibe und dem Falkenkopf tatsächlich in der Art existieren. Aber es sind eben Dämonen, die sich wahrscheinlich damals auch in Ägypten manifestiert haben. Und die hat man dann aufgebaut. Das waren die Götter, die allerdings, wie wir gelesen haben, keine Götter sind, sondern Dämonen. Und ja, eine multiple Persönlichkeit könnte man sagen von diesem Sonnengott. Hier sehen wir links den Mantiktor, persisch Menschenfresser. Und ich glaube, das sagt ja schon alles. Es ist ein persisches Fabelwesen. Der Mantikor ist ein Mischwesen mit dem Körper eines Löwen, dem Schwanz eines Drachen oder Skorpions und in manchen Darstellungen auch mit Flügeln. Sein Gesicht und die Ohren ähneln eines Menschen. Und das Bild sieht tatsächlich sehr merkwürdig aus, wenn wir uns das so anschauen, sehr dämonisch. Es ist interessant, wenn wir hier von Persien reden, von diesem Wesen, dass auch einen ganz anderen Teil der Erde, nämlich in Japan, ein ähnliches Wesen auftaucht, ohne dass man sich jetzt hier sozusagen abgesprochen hat. Aber die Dämonen, die manifestieren sich ja nicht nur im Nahen Osten. So sehen wir rechts ein Bild von Nuhe. Und Nuhe ist ein Mischwesen aus dem japanischen Volksglauben. Es soll den Kopf eines Affen, den Körper eines Tanuki, die Beine eines Tigers und die Schlange als Schwanz besitzen. Und ja, sieht ein bisschen ähnlich aus wie dieser Mantikor aus Persien. Und hier schauen wir uns noch die letzten Beispiele an. Links ein bekanntes Wesen, nämlich der Minotaurus, ein Mischwesen mit menschlichem Körper und Stierkopf. Das heißt, ähnlich wie wir es im Buch Jascha gesehen haben, von unten her eher menschlich, von oben her eher tierisch. Und auch da rechts daneben sehen wir die Gottheit Pan, über die wir schon öfters berichtet haben. Menschen, Oberkörper und Unterkörper eines Ziegenbocks. Und diese Gottheiten, besonders auch Pan, wir kennen die Panflöte und so weiter. Oder Panik, das kommt auch von dieser Gottheit Pan. Das sind Forschatten auf den Baphomet, den wir hier rechts sehen, auf den beiden Bildern. Der Baphomet ist eine Figur, die vereint Gut und Böse, Mensch und Dämon, Frau und Mann, Mensch und Tier. Und im sogenannten christlichen Ritus der großen Landesloge der Freimaurer von Deutschland spielte die Weltseele versinnbildlichte Figur des Baphometen eine wichtige Rolle. Wir sehen das hier auch auf dem dritten Bild. Wie hier Tempelritter, Freimaurer, wie auch immer, diese Baphomet-Figur aufstellen und damit genau denselben Götzendienst betreiben, wie damals die Heidenvölker oder teilweise auch die Israeliten, die ja ebenfalls sich von Gott damals teilweise abgewandt haben und lieber heidnische Traditionen gefeiert haben. Und das ist natürlich schlecht, weil wir müssen ja Gott mehr gehorchen als die Menschen. Aber wir sehen, so hat man auch Bildnisse gemacht in Freimaurer-Loschen und hat dann den Baphomet angebetet. Die Sache ist leider heutzutage, es hat sich nichts geändert. Es hat sich im Gegenteil heute eher noch ein bisschen verschlimmert, denn aufgrund der modernen Technik will der Mensch heute ebenfalls wieder Gott spielen. Und so wurde dieses Jahr berichtet, am 5. August 2019, Japaner erlauben Mensch-Tier-Hybride. Ein japanischer Stammzellenforscher darf erstmals Mensch-Tier-Mischwesen erschaffen und sie bis zur Geburt heranwachsen lassen. Tja, damals in Ägypten hat man das auf eine andere Art und Weise wahrscheinlich gemacht, als es heute davon ist, aber wir sehen, es hat sich nichts geändert. Wenn der Mensch versucht, Gott zu spielen, dann kann ja nichts Gutes dabei herauskommen. Und nur einen Tag später wurde am 6. August 2019 berichtet, Medizin, Forscher könnten erstes Mensch-Affen-Hybrid geschaffen haben. Das Team um den spanischen Wissenschaftler Juan Carlos Itzpizua Belmonte habe zum ersten Mal in einem Labor in China ein Mensch-Affen-Hybrid geschaffen, bestätigte der Projektmitarbeiter oder Projektmitarbeiterin Estrella Nunes gegenüber der spanischen Tageszeitung. Mensch-Tier-Hybriden, Mensch-Affen-Hybriden, die man geschaffen hat, und wir wissen, es gibt nur einen Schöpfer, wenn der Mensch, der hat nur eine Aufgabe, irgendwie Leben zu erzeugen, indem er nämlich Kinder zeugt und Kinder geboren werden, aber nicht hier geschaffen werden. Und das ist eben ein Phänomen, wie wir sehen, dass es nicht nur damals gab, sondern dass es auch heute gibt. Und das ist natürlich genau das, was auch Jesus sagte, nämlich wie es in den Tagen Noahs war, so wird es auch sein in der Endzeit bei der Wiederkunft des Herrn, bevor er wiederkommt. Die Menschen werden sich selbst lieben, werden zu Gott sich selbst erklären, durch New-Age-Philosophie und so weiter und so fort. Und wir leben in der Tat in einem sehr okkulten, antichristlichen Zeitalter. Und wie König Salomo schon sagte in Prediger 1, Vers 9, was einst gewesen ist, das wird wieder sein, und was einst geschehen ist, das wird wieder geschehen. Und es gibt in der Tat nichts Neues unter der Sonne. Es hat vielleicht heute andere Namen, es wird ein bisschen modernisiert. Heute sagt man auch nicht, man beschwört Geister, heute nennt man das Ganze Hypnose und will den Menschen helfen. Dafür kann ich nur wahren Hypnotisere sind nichts anderes, als Beschwörer die Geister heraufbeschwören in den Menschen. Deswegen verlieren die Menschen ihren freien Willen und können sich an nichts erinnern, was passiert ist, weil die Dämonen in diesem Moment die Kontrolle übernehmen. Genauso wie bei Dispatienten, wenn eine andere Persönlichkeit kommt, dann weiß das Original auch nicht mehr, was geschieht, weil nämlich die andere Persönlichkeit auch ein Dämon ist. Klingt hart, für die meisten verrückt, ist aber trotzdem die Wahrheit. Schauen wir zum Schluss nochmals ins Neue Testament, denn wir sollen ja nicht den Dämonen opfern, sondern wir sollen Gott Opfer bringen. Und das sind keine Tieropfer mehr, wie es damals der Fall ist, weil Jesus da ja sich für unsere Sünden, für die Sünden der Schöpfung geopfert hat. Wir sollen geistige Opfer darbringen, zum Beispiel durch Gebete und gute Werke. Wir schauen zunächst mal im 1. Korintherbrief, in Kapitel 10, da heißt es ab Vers 20, Ich will aber nicht, dass ihr in Gemeinschaft mit den Dämonen seid. Ihr könnt nicht den Kelch des Herrn trinken und den Kelch der Dämonen. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn teilhaben und am Tisch der Dämonen. Oder wollen wir den Herrn zur Eifersucht reizen? Sind wir etwa stärker als er? Nun, als Christen können wir diese Frage natürlich ganz klar mit Nein beantworten, das sind wir nicht. Das heißt, der Mensch muss sich irgendwann entscheiden. Am besten so schnell es geht. Entweder man tut sich an den Menschen geboten halten, an den heidnischen Traditionen, Weihnachten, Ostern, oder Schweinefleisch essen, den Sonntag heiligen, oder eben Hypnose betreiben und so weiter und so fort. Oder aber, man ist gotttreu, hält die Gebote Gottes, so wie es Jesus, die Apostel, die Propheten und Könige getan haben. Zumindest nicht alle Könige, aber David ein Vorbild vielleicht. Deswegen am Tisch der Dämonen, da sitzen die Okkultisten und da können wir die ruhig sitzen lassen. Die werden ernten, was sie gesät hat. Aber als Christen wollen wir doch am Tisch des Herrn sitzen, und zwar im Königreich. Und da werden wir ja nicht alleine am Tisch sitzen, denn, Jesus sagte in Lukas 13, Abvers 28, da wird das Heulen und das Zähneknirschen sein, wenn ihr Abraham, Isaac und Jakob und alle Propheten im Reich Gottes seht, euch selbst aber hinausgestoßen. Und sie werden kommen von Osten und von Westen und von Norden und von Süden und zu Tisch sitzen im Reich Gottes. Und genau das ist unser Ziel, die Menschen zu warnen, dass sie durch ihre Lehren und Praktiken heute am Tisch der Dämonen sitzen. Und da sollten sie schnell aufstehen, damit auch sie teilhaftig werden am Reich Gottes, am ewigen Leben. Und wie schön ist die Vorstellung, wenn man sich vorstellt, am Tisch zu sitzen mit Abraham, Isaac, Jakob, allen Propheten Gottes und König David und natürlich unseren wundervollen Herrn Jesus Christus. Ich denke, das sind doch schöne Voraussagungen auf die nahe Zukunft. Wenn wir uns diese verrückte, gottlose Welt heute da draußen anschauen, da dürfen wir nicht die Hoffnung verlieren und den Glauben nicht aufgeben. Denn was Gott für uns laut Neuem Testament bereitet hat, das können wir uns laut Bibel gar nicht vorstellen. So schön wird die Zukunft sein. Ja, das war soweit schon das Video Mensch-Tier-Hybriden im Buch Jascha, die Götzenbilder der Dämonen. Und ich dachte mal, ich gebe euch das mal wieder anhand des Buches Jascha, dass es tatsächlich keine Fantasiegestalten sind, sondern es tatsächlich realistisch ist, dass solche Wesen existiert haben oder Dämonen sich als solche Wesen manifestiert haben, die man dann gemalt hat in Ägypten vor allem. Dann hoffe ich, dass ihr vielleicht das ein oder andere mitnehmen könnt. Ich wünsche euch noch... Ja, schöne Feiertage kann ich nicht sagen, weil ich ja kein Weihnachten feiere. Aber lasst euch nicht zu sehr schressen von diesem ganzen Ho-Ho-Ho-Gedönst. Und ja, wir werden demnächst noch ein Video machen über Weihnachten und mal uns anschauen, was Ellen G. White über Weihnachten gesagt hat. Und ich glaube, das ist dann auch mehr als deutlich. Gottes Segen, liebe Geschwister, im Namen des Herrn Jesus Christus und nicht vergessen, die Wahrheit kommt ans Tageslicht und das war, ist und bleibt in alle Ewigkeit, der Sohn des Allmächtigen Gottes, Jesus Christus. Schalom, Gottes Segen und Amen.